Ja, ich habe wieder ein bisschen gebastelt und es handelt sich diesmal um eine Vorstudie auf etwas, was ich jetzt demnächst vorhabe und zwar wollte ich mal sehen, wie ich Lichtschlanken hinbekommen kann. Und die Lichtschlanke hier, die verwendet als Lichtquelle diesen wunderbaren Laserpointer, den ich hier leicht geschlachtet habe, billige Kinawade, strahlt auf einem ganz blöden Foto-Widerstand und was ich letztendlich hier hinten mache, da habe ich an meiner Spannungsquelle einen kleinen Op-Amp hängen und der Op-Amp kriegt hier auf der rechten Seite von dem rechten Poti, kriegt er seine Referenzspannung gesteuert für den Komparator, also eine ganz billige Komparatorschaltung und was jetzt tatsächlich auch ganz wunderbar funktioniert, ich kann hier dazwischen gehen und er schaltet mir schön den Pegel auf High oder Low und das werde ich wiederum verwenden können, um an meinem Mikro-Controller, das wird eine Art Mega328 sein, über einen Interrupt an einem von meinen Pins zu erkennen, dass da was passiert ist. Ja, und damit kann man dann schon ganz hübsch was basteln.